dann ist es ja in der nacht und das passt ja eigentlich ganz gut um mal in die kneipe zu gehen 200 emeralds immerhin wo ging es denn zu den docks ich glaube hier auch ganz schön lange wege hier zu gehen so jetzt ging es hier runter und dann müsste ich eigentlich da sein ja so wo ist denn wo gibt es denn hier was zu trinken hier nicht richtig oder ist es da oben da ist doch das symbol mit dem bett hier es ist noch weiter hier hinten hier ist es auch nicht wo war denn das kann nicht sein also da oben leuchtet sehr viel mehr war das hier das sieht gut aus ja da sieht gut aus also go for a drink at the caucus docks in dann machen wir das doch mal hallo javin warum bist du so groß oder warum bin ich so klein moin lad we don't get many windfogs around here welcome to old javans tavern what can i do here for let's see i can give you some of the island's old cork brew seems like you are in luck today adventurer ach wer ist das denn my days been long and you also look like you could do with a drink or two there's no need to pay by yourself javin will have two cups of the seasonal brew oh der lädt mich ein cheers cheers suddenly you begin to feel very dizzy everything all right lad looking a bit pale what 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 habe ich hier so lange gepennt without a clue of what happened you shouldn't just leave oh by the mighty founders everything is ruined was 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 passiert you was ich ihr habt doch gar nichts gemacht you did this you're mad in the head possessed or something okay hab ich so betrunken um mich geschlagen you seem fine now thaw what got into your lad you went berserk like it weren't just here neither you ran out of here and wrecked all sorts you better go find the people you affected and apologize okay hab ich hab ich so hab ich so hab ich so die sau raus gelassen ja komm ich habe nur mal bisschen bisschen stimmung in die bude gebracht kann nicht so schlimm sein hier okay brennt jetzt irgendwie der ganze Hafen talk to citizens around the docks to find out more about what happened oder wollen die mir das nur in die schuhe schieben hä ist der neutral okay confused citizen scared citizen corkos citizen äh ja okay aber könnte ich jetzt einfach wieder in die Stadt oder nicht ne hier ist alles alles kaputt äh äh dach äh der redet gar nicht mit mir doch jetzt die ganze aqueduct ist ruhe in der city's fresh water is just draining into the ocean ah it's you back to wreck the rest of the city's infrastructure you're meant to be a tourist wait weren't your eyes red before were you ill it was a bit scary oh you don't even remember well if you want to help i need it right now the system needs to be rebooted which can only be done down in the sewers kind of a design flaw if you ask me but if you go down that trapdoor you will find it in the sewers okay okay aber welche welche falltür meint er denn jetzt that trapdoor ähm äh gucke ich jetzt nicht so mit hm ich gucke aber trotzdem nochmal hier in den Docks rum vielleicht ah der morgen der morgen nach dem besäufnis hab auch noch richtig kopfweh was für ein kater so ich wollte ja hier noch ein bisschen mit den Leuten reden okay muss man immer zweimal draufklicken es dem someone called the authorities es es der die 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 Nicht auf Zeit. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich weiß noch gar nicht, wohin. Na super. Ja, das schaffe ich doch nicht. Außerdem ruckelt das Spiel heute verdächtig. Ich weiß nicht, warum. So, und wohin jetzt? Dahin. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo die Kiste ist. Okay, und jetzt? So, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ich... Ich wüsste halt zu gerne, wo überhaupt da eine Kiste ist. Och. Ich bin so schlecht und unter Zeitdruck geht das halt überhaupt nicht bei mir. Boah, ich weiß nicht, warum es ruckelt. Moment. Ich muss mal eben... Ich muss mal eben was gucken. Okay, der Timer startet wieder neu. So, ich habe jetzt mal... Ich hatte noch irgendwie mein Browser offen. Und, ähm... Ja, das sieht jetzt schon besser aus. Das sieht deutlich angenehmer aus. So, stoße ich hier irgendwo an? Ich weiß immer noch nicht, wo die Kiste überhaupt ist. Ich weiß immer noch nicht, wo die Kiste überhaupt ist. Ich weiß gar nicht, wo die Kiste... Ich weiß gar nicht, wohin ich da soll. Also, das wäre... Äh, ein bisschen hilfreich. Ist denn dann hier eine Kiste? Oder ist die da oben irgendwo? Vielleicht ist die ganz da oben? Wäre ja möglich. So, ich starte den Timer nochmal neu. So, hier ist ein Teppich. Aber... Wohin jetzt? Hier ist ein... Oh, Mann, ey. Äh, da war auch ein Teppich. Aber wo geht's denn dann da weiter? Ich seh das nicht. Das ist wirklich bis... Bis ganz da oben. Ach, da oben ist... Da ist dann... Okay. Das ist krass. Aber wie komme ich da hin? Ich habe echt noch überhaupt keinen Plan. So, hier ist ein Teppich. Aber... Hä? Wohin denn von hier aus? Ich weiß es echt nicht. Ich habe echt null Plan. Ach, man kommt hier hoch. Äh, sehr. Verstehe. Und dann... Und dann... Und dann... Aber es ist schon echt brutal. Ne, hier und dann... muss ich jetzt hier irgendwie die Treppe runter... jetzt irgendwie da rüber. Jetzt irgendwie da rüber. Aber hä? Äh, ich verstehe. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich stoss da doch an die Decke an. Interessant. Höchst interessant, aber auch sehr verwirrend. Und... Okay, und jetzt? Wie komme ich jetzt da rüber? Ach, da ist was. Oh Mann. Was war das denn? Also dahin, dann dahin und dann dahin. Okay. Alter. Könnt ihr doch nicht mit mir machen hier. So. 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 Aha. You managed to reach the chest safely, getting ready to jump through a hole in the fire burned. Und habe ich es jetzt geschafft? Was ist das? You did it, so you weren't lying, huh? I guess you might just be trustworthy. Caucus has been urging tourists and NVOCs from the other provinces to gain recognition. There are others that blame any outsiders for the problems of the island. They say they are patriots, but honestly, they are just awful people. They want to do anything to make non-Corkians look bad. If I were you, I'd better start asking around to find out more about that. Okay. Einer von drei Hinweisen. Das ist ja... Was ist das hier? Eine Verschwörung? Und ich bin sozusagen das Opfer. Aber mehr zufällig. Ein zufälliges Opfer einer Verschwörung? Vielleicht ist da hinten da noch einer. Also hier ist anscheinend niemand... Nein! Hallo? Ach, ich komme da nicht. Ich kann nicht ins Wasser springen. Hier ist überall eine unsichtbare Wand. Weil ich ja nicht in der echten Welt bin. So. Ähm... Ist denn hier hinten noch jemand, der auch Schaden hatte? Da hinten brennt es ja... Hier ist doch bestimmt auch irgendwie jemand betroffen, oder? Okay. Ich kann hier... Ich kann hier rein. Aber... Was bringt es? Hm. Na, hier ist irgendwie nix. Hier ist auch alles noch relativ... Äh... In Ordnung. Na, oder ich mache jetzt das mit... Mit den... Äh... Kanälen. Mit dem Kanalsystem. So, das ist ja, wenn... Gucke ich mal hier, aber... Hallo? Also... Okay, der redet wieder nicht mehr mit mir. Was hat der jetzt gesagt? Ähm... That Trap Door. Wo... Wo... Wo ist denn hier eine Falltür? Die da. Die Falltür da. Na, halt die eine da. Also, ich sehe keine Falltür. Und irgendwo Mobs oder so. Ähm... Oder hier rein? Nee. Die Sewers. Dass da vielleicht Wasser ist. Also, hier ist alles... Zu. Kein Plan, wo du mich hinhaben willst. Right now you should focus on helping the citizens around the docks instead of following the trail. Achse. Da gibt's dann noch was anderes. Verstehe. Ja, aber wo ist denn hier eine Trap Door? That Trap Door. Der sagte es ja so. Äh... Äh... Oder komm ich da irgendwie durch? Nicht so wirklich. Let Trap Door. Also, ich sehe halt nichts, was irgendwie nach Falltür aussehen würde. Deshalb... Oder hier hinten? Ist das hier gemeint? Äh... Äh... Boah, das... Das sieht man aber halt fast nicht. Auch ein bisschen albern. Naja. Ähm... Wird... Purification Unit. Okay. Aber... Gibt's nicht ein Roboter-Bahn? Also... Die dürften doch hier eigentlich gar nicht existieren. I learned about some rumors involving separatists. I should continue helping locals to find out more. Äh... Hier. Hier geht alles dem Bach runter. So... Ja. Hier. 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 Was? Cleaning-Unit? Alter. Macht aber ziemlich viel Dreck dafür, dass sie hier putzen soll. Aber sind das jetzt alte Roboter? Oder was ist das hier? Was? Manual? Okay, das konnte ich nicht so schnell lesen. So, jetzt haben wir hier auch ein Maschinenrätsel. Initialize Auto Repair. Machen wir das doch einfach mal. Thank you for choosing Corktech, your company, for a safe and trustworthy service. Powering up Elevator. Ist hier noch was machen? Nö. Schätze mal, das war's. Oh, mit Fahrstuhlmusik. Sehr schön. Ich frage mich, was das war. Also, was das für eine... Für ein Lied war. Weil das muss ja... Das muss ja immer... Irgendwo aus Vanilla Minecraft her sein. Waren das die Endcredits? Ich weiß es gar nicht, wie die klingen. Ich hab Minecraft nie durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die klingen. Ähm... Also, wenn man das... Wenn man den Enderdragon besiegt. Und das dann halt hochgepitcht oder so ähnlich. Naja. Ähm... Was waited everything you broke? That's one hell of a twisted personality. Hehehe. You know about the patriots of Korkus. Ja, habe ich schon gehört. Ja. Well, this kind of maneuver is right up there. Alli. It certainly made you look bad. Now that you bring it up, I did hear a group of Korkians quietly discussing something on de圍 pastor tomar. Tourists. I have no idea how they would make you do something against your will for. Naja, die haben mich halt, da war vielleicht irgendein Mittelchen drin. Das war, glaube ich, kein gewöhnliches Bier und kein gewöhnliches alkoholisches Getränk. Denn ich habe schon seltsame Substanzen in der Province of Wynne zu mir genommen. Ich habe Pilze in Gavel zu mir genommen. Aber nichts hat mich jemals so ausrasten lassen. Ich habe Ja, ja.